Man kann sagen, wir leben in seltsamen Zeiten, liebe Zuschauer, und eigentlich kann mich nicht mehr viel schockieren, das muss ich sagen. Aber diese Woche ist eine Sache passiert, die hat mich echt umgehauen. Da fliegt mir doch der Kitt aus der Brille. Was ist denn hier los? Die CDU ist plötzlich eine demokratische Partei? What? Hammer, oder? War das der Hammer? Aber gegen den ausdrücklichen Befehl der Kanzlerin, wählt die CDU-Fraktion nicht wie seit 1000 Jahren Volker Kauder zu ihrem Chef, nein, sondern hier den Dings. Na. Sagt Ihnen der Name Ralf Brinkhaus etwas? Ralf wer, möchte man fragen? Ralf Brinkhaus, was ist das für einer? Wer ist der neue Fraktion Chef Ralf Brinkhaus? Na, das ist zwar eine spannende Sache. Absolut, ja. Wer ist Ralf Brinkhaus? Naja, Ralf Brinkhaus, jahrelang Stellvertreter von Kauder, und selbst der wusste nicht, wer Brinkhaus ist, wirklich. Ja, nach 13 Jahren Merkel ist die arme CDU nur noch eine leere Hülle und wollte halt irgendwas Neues, irgendwas. Wenn es nur ein Steuerberater aus Reda-Wiedenbrück ist, ein ganz, ganz typischer Ostwestfale. Wenn er ganz crazy drauf ist, der Brinkhaus, dann blättert er verträumt in den Ordnern mit seinen größten Erfolgen. Ja, ich habe gedacht, guck mal an, die kleine CDU wird plötzlich erwachsen, zieht bei Mutti aus, bald, wer hätte das gedacht. Bitter natürlich diese Woche für Merkel und für den Volker, denn ja, klar, ich meine, der, ja, das ist, das ist nicht schön. Volker Kauder hatte vorher nie einen Gegenkandidaten. Und dann verliert er direkt. Man könnte auch sagen, er hat alle seine Kampfkandidaturen verloren. Für einen Boxer echt eine Scheißbilanz. Aber mir wird er trotzdem fehlen. Jeden Tag zwei, drei Weizenbier, die müssen einfach sein. Wir werden jetzt auch eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Fraktionsvorsitzel haben. I will make it real. Volker. Volker Kauder. Ihr könnt, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Volker Kauder, wahrscheinlich einer der besten CDU-Fraktionsforszen, die wir in den letzten 13 Jahren haben. Wirklich. In meiner Top 3. Sein Abgang ist für viele Experten so was wie der Anfang vom Ende der Ära Merkel. Da könnte was dran sein. Ich meine, Demokratie lebt halt vom Wechsel. Deswegen haben die Amerikaner eine Amtszeitbegrenzung. Immerhin unsere GroKo gelobt, einmal mehr zur sogenannten Sacharbeit zurückzukehren. Kommt jetzt immer wieder. Und ich denke, wow, Sacharbeit. Einfach mal das machen, wofür man bezahlt wird. Verrückt, oder? Völlig unerträglich ist derweil allerdings das schadenfrohe Gefeichse der AfD. Wie fröhlich die vor die Presse getreten sind nach dem Kauder-Debakel. Hier, Alice Weidel summt vor Glück wie so ein frisch verliebter Backfisch. Sie können sich vorstellen, bei uns knallen die Korken. Ja, schön. Da knallen die Korken. Da knallen die Korken.